ARD Text im Auftrag von Funk 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 Doppel, quasi Doppelrand, oder? Also ich seh dich zumindest. Okay, bei mir ist er so ne ne ungefähr irgendwo, glaub ich, jetzt seh ich ihn nicht mehr. Ey, das ist verschuldet, er ist ein Magier. Wusstet ihr das schon, dass ich zaubern kann? Okay, Leute, aber trotzdem noch mal herzlich willkommen wieder zurück zu TTT. Ich weiß, ich darf nicht reden, aber ich wollte noch mal den Anfang machen mit Markus, mit Akato, mit Kurgau, mit Kito. So, und ich darf nicht reden, weil, erklär ich euch gleich und, ja, willst du dich nicht einfach muten können und die Ansage machen können? Oh, scheiße, ich glaub ich hab Kito gekillt, oder? Ja, bleibt da mal vorsicht, also ich weiß nicht, irgendwie schließt sich grad der Pool, ich weiß nicht wieso. Finde ich grad echt cool. Der Pool ist geschlossen, Kinder, der Pool ist geschlossen. Ja, das ist ja richtig witzig, wenn es so ne Vorrichtung im echten Schwimmbad gäbe. Nein, ich seh nur dich, Kito. Ach, dahin ist Chris, okay. Alles klar, der ist am Eingang. Gar nicht wahr. Der ist am Eingang beim Spawns. Eingang? Oh, scheiße. Aber ich hab mir noch keine Karte gekauft. Also, ich darf ja eigentlich gar nicht schreien. Ich bin ein Bad Boy. What you gonna do, what you gonna do when I come for you, Bad Boys, Bad Boys. Oh, warte, ich muss nachladen. Ohhhh. Ja. Ja, sehr gut. Jawohl. Ich muss nachladen. Sei froh, dass du überhaupt das Deko-Fallende wirst. Ahhhh. Sonst würdest du gar keinen Sinn dafür. Ahhhh. Oh, die sind halt die ganze Zeit. Wenn überall Sachen stimmen, muss man Sachen nicht hören. Ja eben, deswegen. Ja, okay. It's true, but it's not nice. Bitch. It's true, but it's not nice. Endlich mal wieder Detective. Endlich. Okay, ich muss mich verstecken und tötet mich gleich wieder. Das ist so geil. Hallo Jason, kaufst du grad schon wieder irgendwas? Nein. Er kauft was. Du kaufst eh. In der Aufnahme ist wieder kaputt, deswegen kauft er was. So. Ja. Ich kaufe, genau. Ich kaufe beim Traitor-Shop, obwohl ich nicht Traitor bin. Alles klar, läuft. So, ich kaufe jetzt immer die andere Waffe. Die macht auch One-Shot, aber ich sterbe nicht dabei. Das ist ein echter Vorteil. Das ist schon mal ein Vorteil für dich. Das hilft dir auf jeden Fall. Hey Markus. Oh, ich hab gespuckt. Ich hab mein Mikro angespuckt. Nice. Kauf mir mal bitte Melon da und schon bitte. Okay, warte. Hier. Oh, ich hab gedacht. Ich hab wirklich gedacht. Hey, ich werde angeschossen. Ich werde gesniped. Oh, wo, wo? Da oben auf der Rutsche, auf der Rutsche. Auf der Rutsche. Auf der Rutsche. Scheiße. Ja, Kurga ist es. Kurga ist es. Hundertprozentig. Kurga ist es. Jason ist bei mir. Ja, 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 ja. Gut. Ja, Jason oder Chris. Ihr beide, wir können es ausmachen. Okay. Scheiße, Alter. Wie ich instant weggerotzt wurde von KiTalk, Alter. Nice, Alter. Endlich jetzt. Chris schießt. Ja. Okay. Okay. Danke für die Info. Ich baue jetzt. Ja, ja, Sonnen ist Detektive. Ich baue jetzt eine Mauer. Aus Glas, Gold und Stein oder was? Fertig. So, ich geh jetzt in meinen Traitor-Shop, ja. Echt? Obwohl du Detective bist. Obwohl ich Detective bin. Kannst du aber auch in deinen Detective-Shop gehen. Nee, das wäre zum Mainstream. Aber das ist voll geil. Das wäre wohl zum Mainstream. Aber das ist voll geil. Das wäre wohl zum Mainstream. Das ist voll geil. Das wäre wohl zum Mainstream. Aber das ist voll geil. Das wäre wohl zum Mainstream. Ja, Markus ist es. Markus. Der ist in den Automaten da reingegangen. Hä? Ich weiß gar nicht, was du meinst. Ach so, der ist jetzt gleich da oben. Scheiße. Der snipe dann gleich wieder. Oh, nee. Dann ist es Chris und Markus. Hä, what the fuck? Warum? Also Markus kann ich nachvollziehen, aber... Ja, aber Ketok hat das ja gerade confirmed, dass Markus da rein ist. Ja, hä? Und du bist ja nur, oder wie? Ja, natürlich bin ich nur. Glaubst du das von dir selbst aus? Warum hast du den Detective getötet? Ich hab den nicht getötet. Ich hab nur confirmed. Warum wird auf mich geschossen? Warum liegt der eigentlich... Hä? Warum liegt der Sto rum? Sorry, Ketok. Ich dachte, du wärst Chris oder Markus. Ich bin lauer. Ich bin lauer. Die beiden Traitor-Lappen. Ich seh doch einzigartig aus. Haha. Tut mir leid, jetzt hab ich dir Schaden gegeben. Er hat ihm Schaden reingedrückt. Ich bräuchte mal irgendwo ne Sniper. Damit ich die beiden headshotten kann. Hehehehe. Schade, dass du keinen Shop hast. Ist doch passiert, Alter. Ist doch passiert. Nein. Damit ich die beiden headshotten kann. Und der mitkassiert einfach so nen Headshot. Zu geil. Das war wie ne Runde vorher. Joa, war ziemlich schlecht. Ich hab mir da gar nichts gerissen, ey. Ich verstehe, machst du mal. Also es hat ja grad super funktioniert. Wer ist das? Cheat-Talk. Ich bin ich. Geht vor. Cheat-Talk, geht vor. Gut. Heißt Key-Talk, nicht Cheat-Talk. Ja, Key-Talk. Ich richte die goldene Deagle bei jeder Aktion auf dich, ne? Oh, schieß ruhig mal. Das macht Spaß, wirst du sehen. Abwarten. Ich sag dir, wen du erschießen darfst. Okay. Wenn du einen Fehler machst, erschieß ich dich. Ich bin Traitor. Ich bin Traitor, Leute. No Pressure, aber High Pressure. Okay, Herr. Wo bist denn rein? Wo muss denn jetzt hin? Ich bin bei der Butcher. Auf mich wird übrigens geschossen. Okay. Ich wollte kurz nur sagen. Nice. Aber ich weiß nicht von wo. Key-Talk, dreh dich um. Wie kommst du? Legen die andere noch? Okay, geh weiter. Okay. Ah, auf mich wird geschossen. Key-Talk sei mein Schutzschild. Geschossen. Das ist einfach so geil. Ich hör auf. Gehst du raus. Wie so ein Kruppel, Alter. Sieht nur mal besser. Key-Talk. Key-Talk. Ja, nur mal kurz zur Info. Ich hab nichts gegen Kruppel. Ich mag Kruppel. Also behinderte Menschen. FTP for real. LTP, fuck this shit. Äh, LTP. LTP for real. Vor allen Dingen, wie soll das FTP überhaupt heißen, ne? Markus, Stubry und Jason. Ich bin Detektiv. Oh nein. Hallo. Weil du Detektiv bist, hab ich noch geangst für dir. Fress meine Granate. Also wer Detektiv ist, ist auch zu 100% Traitor. Das ist einfach schweig. Äh, selbst in Theorie. Tja, weil ich kann. Oder es explodiert hinter euch. Alter, Jason ist so drin grad. Nee, ich hab grad Schaden gekriegt. Warum hattest du zwei Granaten? Hast du noch eine ausgesandelt? Weiß ich nicht. Kann sein. Hast du nicht gesehen? Wieso? Oder hat er die eine gekauft? Vielleicht hab ich die gekauft in meinem Traitor Shop. Und ihr konntet nichts dagegen tun. Genau. Genau. Im Traitor Shop gekauft, weißt du? Es gibt eine, die man kaufen kann. Ich weiß. Die Turret Granate. Echt? Die Turret Granate. Das ist auch gut. Der hintere ist Traitor.